Wie von Soulmask angekündigt, ist heute pünktlich das große Update mit vielen, vielen Anpassungen erschienen, die sich die Spieler gewünscht haben. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, was im Einzelnen dort tatsächlich dann geändert wurde. Der erste wichtige Punkt bezieht sich auf den Vaira Affenboss. Das ist der dritte Boss und der schaltet nicht mehr wie bisher die Nutzung der eigenen Portale frei, sondern eine Funktion, die sich Quick Remodel nennt. Damit kann jetzt auch jeder NPC an einem Respawn-Punkt oder Lagerfeuer wiederbelebt werden. Das Ganze ist allerdings mit einer gewissen Einschränkung verbunden, denn wenn du diese Funktion nutzt, erhältst du einen Debuff auf Energie- und Lebenspunkte. Der mystische Steintisch kann natürlich genauso weiterhin auch genutzt werden, um einen NPC wieder ins Leben zurückzuholen. Wenn ihr den mystischen Steintisch nutzt, erhaltet ihr diese Debuffs nicht, sondern es kann einen komplett neuen Buff geben. Wichtig ist natürlich, dass ihr vorher die NPCs auch in diesem Steintisch abgespeichert habt. Falls ihr es noch nicht wisst, ihr könnt ja jeweils immer Updates in der Entwicklung eures NPCs in diesem Steintisch mit abspeichern. Viele von euch haben sich ja auch daran gestört, dass sie den eigenen Charakter, den sie irgendwann liebevoll erstellt haben, dann relativ bald schon nicht mehr wirklich nutzen konnten. Da hat es jetzt auch eine ganz wichtige Änderung gegeben. Du kannst jetzt für die handwerklichen Talente bei deinem eigenen Charakter diesen Leveln bis Stufe 60, das heißt die ersten beiden Stufen, wir haben ja diese Abstufung 30, 60, 90, 120, was die Talente angeht. Also anstatt bis auf 50 kann sich dein Charakter jetzt bis auf Stufe 60 dort entwickeln, das heißt die ersten zwei Talentpunkte kann man freischalten beim handwerklichen und für die Talentpunkte, was den Kampf angeht, ist das jetzt möglich bis Stufe 90. Also bis praktisch zur dritten Stufe, wo wir spezielle Buffs dann nochmal bekommen. Grundsätzlich kann sich dein Charakter in den Basiseigenschaften bis auf die Stufe eines blauen Barbaren entwickeln. Während du deinen eigenen Charakter levelst, erhältst du jetzt auch zusätzlich, genau wie es ja auch bei den NPCs schon war, zusätzliche Talente. Zudem ist es möglich, dass du deinen eigenen Charakter komplett veränderst und anpasst, indem du die Merkmale eines bestimmten NPCs auf deinen Charakter überträgst. Das kann allerdings nicht rückgängig gemacht werden. Das heißt man sollte sich im Vorfeld sicher ganz gut überlegen, welchen Charakter man nimmt, um seinen eigenen Charakter zu verändern. Wichtig ist dabei auch, dass das Aussehen deines Charakters natürlich erhalten bleibt. Nur die Merkmale und Talente und so weiter, die werden angepasst. Wenn du einen NPC benutzt hast, um ihn auf deinen eigenen Charakter zu übertragen, dann kannst du diesen NPC nicht mehr neu speichern. Es macht also schon auf jeden Fall Sinn, dass man wartet, bis der NPC möglichst hoch ausgelevelt ist, bevor man sagt, man überträgt jetzt die Daten auf den eigenen Charakter. Was sich auch viele gewünscht haben, es ist jetzt möglich, mehr als ein NPC mitzunehmen, wenn man sie als Unterstützung im Kampf haben will. Was ja auch gerade im Solospiel eine sehr wichtige Sache ist, dass man eben, wenn man zum Beispiel in ein schwieriges Dungeon oder zu einem schwierigen Boss geht, vielleicht mehr als ein NPC mitnehmen kann. Das Ganze gilt natürlich nur für Einzelspieler und für private Server, wo sich das Ganze einstellen lässt. Die Standardeinstellung hierfür ist drei, also dass ich drei NPCs mitnehmen kann, die mir folgen. Ein wirklich klasse Quality of Life Feature ist, wenn wir jetzt an einer Werkbank sind und etwas herstellen wollen, dann können wir die benötigten Materialien direkt aus den Lagerkisten ziehen, wenn wir in der Werkbank sind, die im Bereich des gleichen Lagerfeuers stehen. Also wenn du eine große Base hast mit verschiedenen Lagerfeuern, dann gilt immer der Bereich, in dem deine Werkbank und die Lagerkisten stehen, im gleichen Lagerfeuerbereich. Dies gilt allerdings nur für dich und nicht für deine NPC. Deine NPC müssen auch weiterhin hin und her laufen und die Sachen holen, die sie benötigen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der sich geändert hat, betrifft die Portale. Portale kannst du jetzt sofort benutzen, wenn du sie das erste Mal dir besorgt hast, vermutlich in der ersten heiligen Ruine, die du besuchst, da bekommst du ja das erste Portal. Du kannst jetzt auch Tiere und Materialien über deine eigenen Portale transportieren. Aber das Wichtige ist, nicht nur, dass du sie sofort benutzen kannst, sondern dass sie auch mit den mystischen Portalen, die sowieso schon im Spiel vorhanden sind, jetzt kombiniert werden können. Und ich glaube, das ist etwas, was sich ganz, ganz viele gewünscht haben, dass man da leichter von A nach B kommen kann. Das sind ja teilweise doch ganz schöne Strecken, hier zurückzuleben. Das Ganze gilt aber im Übrigen nicht im PvP. Außerdem wurden in den Ruinen-Dungeons und in den heiligen Ruinen neue Wiederbelebungsorte eingefügt, die du allerdings jeweils immer erst mal freischalten musst. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht mehr ewig lange Deathruns machen müssen, wenn wir irgendwo in einer Ruine sterben, sondern zumindest dann, wenn es schon freigeschaltet ist, auch direkt dort dann wieder respawnen können. Was die Map angeht, ist es jetzt so, dass tatsächlich jeweils bis zu 100 persönliche oder gemeinsam genutzte Markierungen gesetzt werden können auf der Karte. Dann gab es noch einiges bezüglich Gebäuden, verschiedene Punkte. Einmal offensichtlich gab es irgendwelche Schwierigkeiten oder Kollisionen beim Bau, wenn zum Beispiel irgendwelche Kreaturen-Spawnpunkte in der Nähe war. Es ist jetzt grundsätzlich nicht mehr möglich, dass gebaut werden kann, wenn irgendwie Kreaturen dort in der Nähe spawnen oder aber auch, wenn es eine Kollision mit einem Lagerfeuer eines anderen Spielers gibt. Dann kannst du dort Dinge nicht mehr bauen oder reparieren. Außerdem haben sie einige Änderungen hinzugefügt, was den Umgang und den Einsatz von Dächern angeht. Ich selber hatte da jetzt irgendwie keine großartigen Probleme, aber da scheint es beim Bauen doch das eine oder andere Problemchen gegeben zu haben. Sehr viele dieser Talentattribute, die der NPC zusätzlich erwerben kann, wurden, ich sag jetzt mal, hochgesetzt. Also zum Beispiel, dass du, wenn du einen bestimmten Talentpunkt hast oder wenn dein NPC einen bestimmten Talentpunkt hast, dann mehr Schaden machen kannst zum Beispiel. Also da gibt es jetzt eine ganze Reihe von diesen Talentpunkten, die entsprechend angepasst und hochgesetzt wurden. Was die Bogenschützen unter uns angeht, da gibt es viele erfreuliche Nachrichten. Man kann jetzt mehr Pfeile stapeln. Die Pfeile an sich sind leichter. Du kannst jetzt deine Pfeile auch durch eigene Portale transportieren und der Giftschaden von den Giftpfeilen wurde erhöht. Zudem hat es noch ganz, ganz viele kleine und größere Bugfixes gegeben. Da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Das würde hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und ich denke, wir haben hier ein sehr gutes, sehr umfangreiches, erstes großes Update erhalten. Nach ungefähr vier bis sechs Wochen. So lange sind wir jetzt hier, glaube ich, im Early Access mit Soul Mask. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze dann tatsächlich ausschaut im Spiel. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao. Ciao. Ciao.